So spielen Rocker mit ihren Enkelkindern. Ja, willst du auf den Helm steigen? Nein. Noch nicht? Nein, mit ohne Helm bitte. Ja, stell dich auf den Kopf rauf. Aber mit ohne Helm! Nee, ich hab den jetzt Oma filmt gerade. Jawoll! So, stehst du gut? So, kann ich loslassen? Ah! Super Artistin bist du. Schnauben. Okay, nochmal. Aber mit ohne Helm und nicht auf den Kopf. Nicht auf den Kopf, gut. Machen wir mit ohne Helm. Jetzt kann er lange schwinken. Jetzt müssen wir warten. Warte. Na los. Ui, super! Jetzt müssen wir lange bleiben. So, jetzt kannst du springen, was du willst. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Jubi und Mama. Jetzt werde ich... Äh, tut mir leid, Jubi. Das werde ich auf Filme von Mama machen. Komm her, lass doch noch mal ein paar Figuren machen hier. Und jetzt, guck mal. Tauchen. Zeig mal, wie gut du tauchen kannst. Jubi, guck mal jetzt. Hier. Haben wir das gesehen? Ja. Super, haben wir das gesehen. Mach mal das nächste Kunststück. Und jetzt, das nächste. Und das ist... Oh, ja. So. 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 Oh, no. So. So. So, einmal springen. Was war das denn? Okay, nochmal. Hopp! Ja, und jetzt? Und jetzt müssen wir irgendwelche Sekunden holen. Wie lange wir halten. Wir können ein bisschen hüpfen. Nein! Achso. Stunden später. Jetzt Kopfsprung nach vorne. Erstmal tanzen. Oh! Er hätte auch mal auf Opa tanzen können. Tanzen wollen wir? Komm her, wir passen jetzt. Der sitzt da. Okay. Und... Ich saug hier aber ab, ey. Und die kleine Stunde oben geht. Ich saug hier. Alles da? Ja. Okay, hopp! Was möchtest du jetzt? Komm her, einmal hier, einmal da. Einmal hier, einmal da. Und... Hopp! So, dann wollen wir nochmal eben gucken, ob man noch ein Hund schwimmen möchte. Ich weiß nicht, ob man noch ein Hund schwimmen möchte. Ich weiß nicht.